Willkommen zum zweiten Kapitel. Zur Ethnomathematik wird teilweise auch die Beschäftigung mit den frühesten Anfängen der Mathematik gerechnet, die man manchmal eben auch Proto-Mathematik nennt. Als ältestes mathematisches Zeugnis kann dieser Ischango-Knochen gelten, der auf der Folie noch etwas anders abgebildet ist, als er das in der ersten Vorbesprechung war. Das Dorf Ischango befindet sich in der Demokratischen Republik Kongo, nahe der Grenze zu Uganda, am Nordufer des Rutan-Ziege-Sees. Laut Dirk Heulebrock ist der Knochen in mehrerer Hinsicht ein mysteriöses Objekt. Erstens sind Werkzeuge für den Handgebrauch bei den Bantu-Völkern eigentlich kaum zu finden, die damals diese Gegend besiedelt haben. Zweitens macht der vom Stil nicht zu trennende Quarz, das Ganze hier zu so einer Art Gravurwerkzeug und das in einer Kultur, die nach unserem heutigen Wissenstand gar keine Schrift kannte. Bis heute weiß man nicht, von welcher Tierart der versteinerte Knochen eigentlich stammt. Gefunden hat der belgische Archäologe Jean de Heinzelin de Brocourt den Knochen im Jahr 1935. Er stammt aus einer durch einen Vulkanausbruch konservierten Fundstelle. Sie können sich das ähnlich wie bei Pompeji denken. Heute kann man das Alter des Knochens mit der C14-Methode auf etwa 20.000 bis 25.000 Jahre schätzen. Es gibt einige ähnlich alte Knochen, ebenfalls mit Einkerbungen, etwa ganz rechts mit E bezeichnet, diesen Wolfsknochen, der stammt aus Meeren. Dieser Wolfsknochen enthält 55 Einkerbungen, 5 Gruppen mit je 5 kurzen und 6 Gruppen mit je 5 langen Kerben. Die Fünferbündelung ist hier sehr klar erkennbar. Man weiß aber natürlich nicht, ob sie aus einem Zählvorgang hervorgegangen ist. Gerade die hohe Regelmäßigkeit des Musters, 5 kurz, 5 lang, 5 kurz, 5 lang, spricht eher dafür, dass die Einkerbungen vielleicht dekorativen Zwecken dienen und nicht ausdrücklich etwas abgezählt worden ist. Der Ischango-Knochen ist da anders gelagert. Die Kerben auf dem Ischango-Knochen, hier ist gewissermaßen sein Mantel als Netz dargestellt, weisen ein deutlich komplexeres Muster auf. In drei unterscheidbaren Spalten lassen sich folgende Gruppen von Kerben bilden. Links 11, 13, 17, 19, Mitte 3, 4, 6, 8, 10, 5, 5, 7, rechts 11, 21, 19, 9. De Heinzelin erkannte darin folgende Muster. In der linken Spalte finden sich alle Primzahlen zwischen 10 und 20 genau in aufsteigender Folge. In der Mitte hat er Verdopplungen erkannt, 2 mal 3 ist 6, 2 mal 4 ist 8 und 5 plus 5 ist 10. Was die 7 da soll, ist nicht ganz klar. In der rechten Spalte finden sich die Zahlen 11, 21, 19, 9, also genau 10 plus 1, 20 plus 1, 20 minus 1 und 10 minus 1, was unter Umständen dafür sprechen könnte, dass die Einkerbenden ein Zehnersystem gekannt hatten. Insgesamt vermutete der Heinzelin, der Knochen sei Zeugnis eines arithmetischen Spiels. Nun kann so ein Knochen alleine schwer als Zeugnis dafür gelten, dass die Menschen damals tatsächlich ein Konzept von Primzahlen hatten. Alternative Deutungen sind nicht weniger plausibel. Alexander Marschack stellte 1972 fest, dass die Summen in den Spalten gerade 60, 48 und 60 betragen. Er interpretierte den Knochen daher als Mondkalender, denn zwei Mondmonate haben zusammen 60 Tage. Vor allem Unterschiede in der Ausführung der Kerben, ihre Dicke, ihre Länge, ihre Richtung, ließen einen bestimmte Punkte erkennen, die ganz gut mit Mondphasen zusammenpassen würden. So ein Mondkalender könnte etwa einer Gruppe von Jägern und Sammlern dazu gedient haben, ihre Wanderungen an den Phasen des Mondes auszurichten. Zaslavsky führt als zusätzliches Argument noch an, dass diese Gruppen matriarchal geführt wurden und die Notwendigkeit, so einen Kalender zu führen, sich auch aus dem Menstruationszyklus eben dieser Stammesführerin hätte ergeben können. Dirk Heulebruck stellt diese Interpretation mit Blick auf unser nächstes Thema in Frage. In Zentralafrika gibt es noch heute eine Reihe von unterschiedlichen Zahlworten und Zählsystemen. Wir werfen gleich noch einen Blick drauf. Je nach Sprache finden Zahlwortbildungen in Schritten von Vierern, Fünfern, Sechsern, Zehnern, Zwanzigern oder sogar 6 mal 4 ist 24er Schritten statt. Es könnte sein, dass etwa die aus vier längeren und drei kürzeren Strichen bestehende 7 auf ein System hindeutet, das eine 4 als Basis hat. Von Pletzer stammt schließlich die Deutung, dass im Gegensatz zu unseren Verfahren bei Strichlisten durch Querstriche, Fünfer- oder Zehnerbündel zu bilden, es vielleicht einfach noch gar keine fest etablierte Anzahl von Strichen gegeben haben könnte, die man zu so einer Gruppe zusammengefasst hat. Dann könnten diese Striche aber ebenso gut irgendwelche Spielergebnisse sein wie ein Kalender. Your guess is as good as mine. Lassen wir es mit diesen Spekulationen zur Proto-Mathematik und wenden uns harten Fakten zu. Welche Schnitzel habe ich denn eingeblendet?